Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, einem neuen Let's Play quasi, dem DLC von Resident Evil 4, aber dem Original. Ja, Separate Ways, wo man Ada spielt. Ich wusste erst nicht, ob ich es machen möchte oder nicht, aber hey, stürzen wir uns mal rein. Wie lange wir noch drin sind. Das Ziel ist, dass ich mich mit meiner eigenen Objektiv anwesendung bin. Nichtsdestotrotz, ich kann niemanden das herausfinden. Natürlich, in den Schäden nicht mein Stil. Ich muss mich erinnern und wünschen ihm ein paar Mal. Oh, mein Gott. Ich sehe, dass du auf den Weg gekommen bist. Ja, aber niemand erinnert, dass ich meine Schraubbäste rauskomme. Die Schraubbäste sind alle kontrolliert. Sie automatisch attackieren irgendwelche Intruders. Ring die Kirche-Belle. Das sollte sie für einen Zeitpunkt quieten. Hm. Sieht so, dass sie gut, obedeutige Mädchen und Mädchen. Unfortunately, Zeit ist nicht ein Luxury, das wir haben. Gather so viel Informationen wie Sie können über die Parasite, und endet diese kleine Tour. Jaaa, da hätten wir mal was, ne? Okay. Jaaa, wir müssen da hinkommen, irgendwie. Oh Gott. Äh, ja. Ah ja, stimmt. Okay. Ich kann's ja auch nicht. Warum sollte sie eine andere Steuerung haben als eben? Wo bin ich denn? Ich komm hier doch nirgendwo... Genau! Die Leute wollen ja auch nicht rot nehmen. Ich- Ich Narrative. Die Leute wollen ja leicht die zu essen dwarsch, ... die Tee, die zu beantworten. Jetzt sieht's anders aus als beim letzten Mal. Ja, ein bisschen, glaub ich. Warte, warte mal einen Moment. Nein, hier. Ah, okay. Das ist gut. Das ist gut. Mit der Omen, was ich das schon? Oh. Und auch oben. Ja. Komm mal ein bisschen näher. Na komm. Na komm. Steh auf. Komm. Wir müssen doch irgendwo. Hat sie besser? Ja. Schön. Ja. 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 Ja, weiß ich. Wo ist das Dach? Ja. 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 Ah, okay, wir nehmen die gleichen Spielstände wie, äh, okay. Aha. Nee, dann nehmen wir den hier. Ja, ist in Ordnung. Erstmal nur den letzten Spielstand über, ne? Man wird's wahrscheinlich sowieso nicht mehr anrühren, aber gut. Dankeschön. Ähm, ja. Nee. So, nein. Ich wollte das da hinmachen. Okay. So, nein, wie läuft's? Los, boy, ab mir ab mir das raus! Ach, ich hasse die. Ah, geht mir alles auf den Sack. Ja, danke. Kommen wir denn welche hinterher, oder? Ne, okay. Ich dachte, ich soll erstmal hier läuten. Ah, hier ist da! Ah, hier ist da! Ah, hier ist da! Steh auf! Oh, das ist ein Krieger! Oh, das ist ein Krieger! Jaaa... Ist jetzt schon extra... ...rumdrehen, aber irgendwie... Ist das nicht ganz so... Wird ich ein Klanger? Oh, danke! Äh, hier. Ah, wir kriegen noch ne neue Waffe, hm? Hm... Na, komm! Sollten wir nicht eigentlich... ...läuten? Ich bin verwirrt. Ne, wir sollen hier hin, okay. Das ist in Ordnung. Da kann ich auch ausmachen. Ah, hier ist da! Ah, hier ist da! Ah, hier ist da! Ah, hier ist da! Oh! Jaaa... Das war jetzt nicht so intelligent! Der einfach schon... ... ausgewichen ist. Na komm! Oh! Oh, mein Weiz! Ja, aber... Na ja... Warte mal, wir haben doch wieder... ... können doch wieder und hast du nicht gesehen! Ja, von der anderen Seite beschlossen! Da kam ja irgendwie die Hände raus! Ah, hier war auch wieder was! Ah, hier gab's doch dieses Rätsel, ne? Genau! Der toten Zwillinge! Ach, hier gab's doch dieses Rätsel, ne? Jetzt müssen wir uns die Zwillinge mal wieder merken! Das wird das hier, das M... Das M... Das Z... M Z... Noch irgendeins! Und... Ne, das ist ja das M... Und V, genau! M Z V... Ist ja egal, in welche Reihenfolge... So... Genau... Äh... Wenn wir 3 machen, dann haben wir das V... Wenn man 4 macht, dann haben wir... So... Genau, äh... 4... 1... 2... 3... 4... Hm... Nein, war das Z wieder aus, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, okay, warte. Oh! Oh! Ah! Ah! Okay. Okay. Oh! 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 Hast du was für mich? Oh! Oh! Hast du was für mich? Nein! Oh! 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 Ah, okay. Jetzt wird mir das als Zielpunkt angezeigt. Natürlich müssen wir 50.000 Meilen laufen. Ich dachte hinter mir wär was. Was? Das ist anders, als wenn ich nicht bei mir wär. Gemein. Ich komm mal wieder. Alter, ich hab dich eben schon angeknüpft, ja? Ich krieg nur Geld. Ich brauch Munition. Keine Schlange, Munition, ja? Ah! Die Jinx ist auch noch, ey. Oh, okay. Oh, okay. Ich muss mich überraschen. Ich mach mich überraschen. Aber ich muss mich überraschen. Oh, okay. Ja, das weiß ich. Muss ich ja, ne? Ich hab auch keine Munition mehr bekommen. Warum? Oh. Nein. Ich hab doch viel mehr Muni haben müssen. Ich mein, da waren so viele Leute. Ich kann doch nicht einfach dran vorbeilaufen. Ah, jetzt! Ah, jetzt! Ah, jetzt! Ah, jetzt! Die sind ja schließlich noch da, wenn ich da noch kommt. Ich muss ja erstmal dahin gehen. Oder nicht? Ganz ruhig! Okay. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen soll, aber... Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ah ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll... Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Aber... Danke. Wieso krieg ich an lauernden Müssen? Was ich grad überhaupt nicht gebrauchen kann? Wie ist er denn? Ich kann mich auf einmal da hin. Ich kann mich auf einmal da hin. Ich lasse hier rüber. Ich muss sie doch da hinten hin. Ich weiß, ob das da drin sinnvoll ist. Mein Problem sind die ganzen Gegner hier, die meine Munition übersteigen. Ich habe das Leben und das Leben. Hier sind sie von der ersten Zustand für die Luftkarte. Die Geschmack wurde vom Boden gestern. Die Anfänger wurden von dereau gewaltt und von der Tatooine verletzt. Abonnieren Sie einen Betron. Da ist er! Da ist er! Ich weiß, er hat ja noch ihr Messer, aber... Ne? Wieso halten die so viel aus? Und geben nichts? So, und jetzt? Kann sie nicht irgendwo hoch? Wird das so'n scheiß Ente haben? Ach! 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 Oh! Ähm! Die wollten einfach irgendwo... Okay! Wieso? Jäzera! Ah! Ja, ich weiß, er... Ja! Wieso? Vierer! Wieso? Wieso? Wie ich das hasse. Was ist das? Okay. Ah! Sie sehen auch noch die Geräusche. Vorher macht das nicht. Ja. Mensch tut mir das sowas nicht an. Ach, ist ja ein blödes Bild. Gut, dann machen wir das hier mal. Ah, da war ja was. Äh... Hä. Ähm... Ja. Ich glaube, das ist es. Ähm... Das war das, ne? Ja. Das war das. Jetzt habe ich das gelbe Kraut verpasst. Das ist ja gar nicht. Aber nur weil wir keine Funktion haben. Und ich muss gleich den Part beenden. Wo wir Überlänge haben. Also wir haben schon wahrscheinlich Überlänge haben. Ne. Eieiei. Vielleicht können wir gleich nochmal ein bisschen rumgehen. Ja, natürlich muss der Sprung nochmal drinne sein. Natürlich. Ah, danke. Das heißt, ich darf auch gleich speichern. Ach. Wissen wir, wir haben den Hauptteil gespielt. Ja. Mhm. 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 Oh, ja. Oh, ja. Ich habe diesen Auftrag nur übernommen, meinem eigenen Ziel näher zu kommen. Das darf niemand erfahren. Egal was passiert. Einfach verkriechen ist natürlich nicht mehr eine Art. Ich muss mich ihm ab und zu zeigen und ihm Tipps geben. Das habe ich bislang herausgefunden. Osmund Settler nennt sich Los Illuminados. Sie haben eine Art Parasit, den sie Los Plagas nennen, zu einem neuen Leben, zu neuem Leben erweckt. Das ist alles, was wir sicher wissen. Auch wenn Settlers okkulte Aktivitäten bestimmt einer näheren Untersuchung wert sein dürfen. Die Familie Salazar stellt schon seit mehreren Generationen den Kastilian und ist in der Lage Las Plagas zu kontrollieren. Die Organisation hat die Hypothese aufgestellt, dass die Parasiten mit einer bestimmten Schallfrequenz gesteuert werden, ähnlich wie Hundepfeife für Hunde. Dies hat sich aus der Analyse einer Gewebeprobe ergeben, die wir ergattern konnten. Das Gewebe enthielt ein Organ, das wahrscheinlich zur Erfassung von Schallwehren liegt. Ich habe Sektenmitglieder mit Zeremonienstäben gesehen und frage mich, ob diese Stäbe die Töne ausstrahlen. Das ist natürlich nur eine Theorie. Die Organisation braucht Proben des Parasiten, um diese Theorie bestätigen oder verwerfen zu können. Das ist das Hauptziel meines Auftrags und gleichzeitig meine einzige Chance der Organisation meine Treue zu beweisen. Die Eröffnungszüge in diesem Schachspiel sind gemacht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Ja. Würde ich auch so sehen. Ah. Ja, danke. Nein. Gut, dann würde ich sagen, beende ich an der Stelle erstmal den Part. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Ja. 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 gå. Hey! Hey! Hey, Kaka! Hey, Kaka! So I see you've managed to arrive at the village on time. Yes, but nobody remembered to roll out my red carpet. The villagers there are all being controlled. They automatically attack any intruders. Ring the church bell. That should quiet them down for a while. Hm. Sounds like they're good, obedient boys and girls. Unfortunately, time is not a luxury we have. Gather as much information as you can about the Parasites and finish off this little tour. Leo. Close them, sir. Close them. Silence.